hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge assassin's creed wallhalla so ich hatte das hier schon eigentlich hatte schon ausgewählt ihr habt und zwar wollte gezielen aber wir haben hier hinten noch end und da auch noch end okay ist mir doch glatt weg ac ac assassin's creed wieder abgekackt ich muss jetzt sagen ich habe jetzt die woche keine ahnung wie verwandt zwölf und halb stunden bisher zu finden in der letzten folge dieser aufnahme die gegen zwei minuten ich habe noch so diese mitspieler diese hier lieber die kaputte auf die hier sterben den habe ich noch da habe ich noch eben geholfen also ich muss sagen diese kaputze hier und diese misstrauens ding hier die die sehen dich doch trotzdem also ganz ehrlich prinzipiell ist diese fähigkeit oder diese diese sache für nach bin ich der meinung ich will aussehen wie ich aussehe und nicht dass ich hier noch eine kaputze trage ja viel habt ihr nicht verpasst keine ahnung warum das hier sind wir jetzt hier in offnahmesession sind der dritte absturz ich weiß ja nicht hatten wir im vorfeld ist jetzt ja nicht im vorfeld da irgendwie wird abstürzt war kann ich jetzt ja nicht sagen pc halt ne steckst nie drin kannst du noch so eine gute hudel haben und da irgendwo ein pup quer hängt hast du die arschkarte kann ja bei konsole auch passieren aber nicht so oft da wisse ist ja auch gerade drei auf die erhöhe sind ja nur jeder hoch da tour der eule du kann ich hier feuer anmachung ja kipp mal an hier geil nein halt siehst du alte freundin so jetzt sind noch schön steg oben drüber und dann zack wir nächste woche ist ostern für euch ist dann schon lange vorbei hier wenn ihr die folge seht aber für mich ist nächste woche ostern alter wird die grillt bei meinen ellis schöne grillt jeden tag gibt es tauben und jeden tag kaninchen da habe ich schon mit meiner ex und meine 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 mutter darüber geredet wann ich das letzte mal kaninchen jessen hatte das ist schon ewigkeiten her das ist noch weit vor opast tot und erst 2014 gestorben das krasse da früher ja mit öfters kaninchen mehr opa hatte kaninchen gezüchtet gehabt oder kannickel und er kannickel das waren ja so eine großen stabilen viecher tja da hat man dann auch immer als kind denn so die kleinen kleinen kaninchen und so was alles aber man ist halt mit der sache so aufgewachsen mit diesen mit diesem schlachten wir hatten hühner damals gehabt mein anderer opa hatte damals schweine gehabt da war ich auch schon bei schweinschlachtungen mit bei gewesen kann mich an ihn der ihn mal erinnern da brauchen siebt ja so den bolzenschuss geräte und hat das schwein wollte nicht ist da unten irgendwo das schwein wollte nicht sterben das schwein Tai Ich seh überhaupt nisch, diese Tinoteri-Wackel hier. Naja, lieber es ohne Fogos. Jetzt. Achso, ich brauch ja nicht mehr. Das lootet ja jetzt automatisch. So, jetzt gucken wir mal. Was siehst du? Na, ich hoffe, ein Eingang. Da, hier, neben der Dings. Hier. Ja, da, ihr habt es früher, wie gesagt, dreimal mit einem Bolzenschuss geredet und das ist nicht. Man wollte nicht sterben. Das hat auch noch keiner. Das hat doch einfach weitergefressen. Ich mach mal jetzt hier, äh... Ja. Einfach weitergefressen. Halt, da war was. Ja, wie gesagt, Hühnerschlachten war auch so... Meine Großeltern, naja, haben beide im Krieg gewählt. Also, mein Opa, der hat ja selber gekämpft damals, der war bei der Wehrmacht. Nicht bei diesen dreckigen SS-Vereinen. Und die haben halt den Krieg noch miterlebt, ja. Und, was wollte ich jetzt sagen? Die haben sich da nicht so gehabt. Die Tieren ging's gut. Das ist aber auch keine Massentierhaltung oder sonst irgendwas. Die Hühner waren überwiegend Eier. Ja, klar, wenn sie keine Eier mehr gelegt haben, dann, äh... Also, ich persönlich könnte's nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich könnte kein Tier schlachten. Aber man will auch irgendwie nicht auf sein Fleisch verzichten, weiß ich nicht. Aber ich bin der Meinung, dass das alles mal... Ja, ich sag mal... Ja, stärker kontrolliert wird, stärker eingebunden wird, diese ganze Massentierhaltung. Bin ich auch völlig dafür, dass das irgendwie abgeschafft wird. Aber jetzt, äh... Sag mal... Unbedingt dem Verbraucher jetzt da drauf festzunageln, dass er mit seinem Verbrauch... Ich weiß, dass zum Beispiel Discounter oder Supermärkte, die sagen immer, ja, der Kunde möchte ja dieses günstige Zeugs. So, zum Beispiel Kartoffeln. Da hole ich mir jetzt immer... Die heißen bei Kaufland, äh... Die etwas andere. Liebt doch von... Von den Möhren. Das sind nicht diese... Diese perfekten Kartoffeln. Wisst ihr, was ich meine? Das sind eher so diese... Diese Mangelware, obwohl ich ja nicht finde, dass die Mangelware sind. Die haben zwar ja unterschiedlichen Größen, wisst ihr? Währenddessen du da in diese Netze, die du da kaufen kannst, halt... Halt, äh... Fast immer identische Größen hast oder so. Auch geputzt und sauber gemacht. Hast du bei dieser... Kurzabdick... Die, äh... Wisst ihr? Äh... Die etwas andere. Und, ähm... Da hole ich mir immer da immer Kartoffeln. Es sei denn, ich entscheide mich, Bratkartoffeln zu machen. Dann hole ich mir dann doch schon ein Netz mit festkochenden Kartoffeln. Äh, Kartoffeln. Weil die, finde ich, schmecken zum Bratkartoffeln noch ein bisschen besser. Ja, das Ganze umdenken, muss mal passieren. Ich glaube, mir letztens, äh... Hier vegane... Nee, Gemüse... Gemüseschnitzel, so. War das vegan? Ich glaube, er war vegan. Habe ich mir mal so Tiefkühl geholt. Machen wir mal probieren. So, kommen wir hier runter? Ist hier irgendwo was? Ist das da was? Oder Sterbig eines... Elenden? Oh, gut. Ich sag mal, wenn wir schon mal hier... Oh, wir haben Stoff, wir haben Stoff, wir haben Stoff, Freunde, wir haben Stoff. Wahrscheinlich haben wir noch schon genug Stoff. Schon lange genug Stoff, oder? Ah, schon lange. Sehr gut. Bei 10 wieder. 5 brauchen wir da noch. Dann hätten wir schon die nächste Mahlzeit. So, jetzt frage ich mich, wo müssen wir jetzt als nächstes... Oh, hier ist ja noch so ein Ding. Da unten. Nein, die war da erst hin. Das ist irgendwie unten, ja? Unterirdisch? Könnte von hier aus irgendwie rennen. Oder auch nicht. Breite deine Flügel aus. Da irgendwie? Nee. Oh, guck mal, da. Da ist eine Tür. Wo ist die Tür? Ah, da ist die Tür. Da war ein Fuchs. So, hier ist der Eingang. Durch diese hohle Gasse. Ja. Da war ein Fuchs. Um... Hm. Hm. Huh? Nee, geht doch mal da lang. Sehr gut. War hier richtig, ne? gut das hätten wir dann würde ich sagen tun wir doch als nächstes mal hierhin werden aber gleichzeitig mit der schnellreise hierhin pümmeln das ist ja sowieso jetzt hier in der nähe von dem wo wir hin müssen daher also von daher so richtig red doch mal richtig hat nicht gepfiffen gilt nicht was war da ach die trompeten dinge hier ok wir haben schon vier malzeiten wie gesagt ich würde gerne noch fünfte mahlzeit wenn ich heute mit der aufnahme session drum bin dann werde ich sowieso die ganzen erkundungstouren dann offline machen hier immer ein schrobesch hier und dann nehmen wir ein ochs nach hier oder wie das ding in den nest hieß das ist voll cool hier guck mal da hinten mit dem schnee hier da dem schneebio aber auch noch haben wir in der anomalie achienschen schreien sie vorrollen ok muss ich wohl bald mal wieder angeln gehen mit angeln lohnt sich richtig weil du kriegst ein haufen kohle für die fiecher für diesen polack und fahrt die wesen 20 30 wie sie geht es ja auch nicht das ist krass wenn es eine menge hat das schneebio müsste ja dann noch weiter im norden sein schottland die ecke war ach das ist hier drüben nichts für uns so haben wir hier noch irgendwo dann wäre dann hier erst das nächste aber gut dann würde ich sagen zotteln wir hier rüber wir haben ja jetzt nicht weiter an fest oder der blutige weg zum frieden punkte haben wir noch gift ich habe hier noch nicht schon vorher gesehen gift 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 und ich habe ich habe eigentlich hin aber ich nehme mir mal zurück wir gucken wir jetzt erst mal hier unten Meuchlerlist Gifthauch Leichensprengpfeiler Wäre natürlich auch nicht verkehrt Hier haben wir schon Ja, Attentatsschaden, das ist gut Leichter Angriffsschaden Gut Nochmals viel Fertigkeitspunkte? Nee Okay, jetzt sind die gewesen Naja, nicht ganz so viel Schaden Da hinten ist eine Straße Lassen wir zur Straße hin Heik hier noch irgendwelche Markierungen drinnen? Nee Aber diese Straße führt genau dorthin Kann ich auch so reiten nennen Oder? Zum Questziel Schon langen Kind mehr gehabt Dessen Bruder ich umgebracht habe Das sind alles Sahnebüchen Sachen hier Das ist alles erstunken und erlogen Die haben sie doch nicht alle Erzählen sie so einen Quatsch Die Musik, Alter Da ist Eva Und Sheolbert Ich denke schon Ein leichter Duft von Gras Nein Die Luft riecht nach fernem Gewitter Thor ist mit uns Eva Jillbert Hey Evo Ich erzählte dem Eteling gerade Das Thor heute mit uns ist Der Sieg ist uns sicher Also Wie lautet dein Plan? In diesem Nest hat Unir das Kommando Also zeigen wir den Leuten mal Was passiert Wenn sich ein Dorf den Bretonen beugt Wir legen es in Schutt und Asche Und schneiden Unir die Kehle durch Oder mein Junge? Ich will aufrecht kämpfen Nicht grausam Das Aufschlitzen von Kehlen Überlasse ich dir Die Flammen werden Rodris Herz für den Frieden erwärmen Unir ist momentan nicht so wichtig Frieden ist was für Säuglinge Aber wie du meinst Mein Blut kocht Lasst uns angreifen und eine Spur blutige Asche hinterlassen Wenn wir leise vorgehen Gewinnen wir mehr Zeit Pah Ich ziehe Raserei und Gebrüll vor Aber wie du meinst Ich schleiche mich an Wir wollen doch nicht jeden wehrfähigen Bretonen auf uns aufmerksam machen Soll ich hier sitzen, sabbern wie ein Dorftrottel und warten bis du fertig bist? Ceolbert, hör dir die Geschichten dieses alten Mannes an und wisch ihm den Mund ab Ich bin kein geduldiger Mann, Evo Erledige diese Hunde leise und schnell Sonst stoße ich dazu wie damals in Legra-Kester Wir bleiben zurück und malen Runen in den Dreck Aber spute dich Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön Ich wünschte, irgendwer würde diese Bretonen von hier vertreiben Ah 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 Evo, bist du bald fertig? Hast du ein Nickerchen gemacht? Alter, der ist so krank. Bei den Göttern. Du bist ein tollwütiger Hund, Iva. Jesus, sag mir, ich bitte! Hat die gerade Jesus gesagt? Der kann ja jetzt auch nicht mehr helfen. Nein, ich bitte! Du schmeißt doch das da auf, da. Wann das schon, ne? Schwächling! Mann, schmeiß das doch höher, ihr alter Uli, ihr Pickepapper! Wann geht's? Wann das vielleicht? Gleich fließt Blut. Die Namlati, die Priew. Die Namlati, die Priew. Die Namlati, die Priew. Ist doch egal, wer über uns herrscht. Die Schafe müssen so oder so geschoren werden. Sie sind im Lager! Ich röste dich lebendig und verfüttere deine Eier an ihr Fühner, Unir! Ivar! Du hast an der Küste von Unismon verloren! Hier verließ du auch! Wo ist denn hier Feuer? Feuer, Feuer, hier! Dein Heer ist schwach! Wir schlafen euch ab wie schläfrige Schweine! Ich kämpfe, das schwöre ich! Ich reiß dir die Zunge aus dem Hals, damit du endlich die Klappe hättest! Mori! Mori! So viel zu Unir! Schrecklicher Bretone am Arsch! Kach! Zack, war der Arm ab! Was ist denn das? Ich bin dankbar für den Sieg und bitte um Vergebung für die Toten. Oh, Cheolbert, dein Gott langweilt mich zu Tode! Lach doch mal! Wir haben gesiegt! Und ich hatte keine Freude dabei, Ivar. Evo und ich sind hierfür gemacht, Bursche! Schwertgesang, Blutnebel, zermalmte Knochen und zerborstene Zähne! Hat dir das Blut gereicht, Ivar? Wir haben genug vergossen, um Fenris Durst zu stillen. Und das reicht dir? Cheolbert, was hältst du von alledem? Bist du zufrieden mit unserem Sieg? Ich... Ich denke schon. Ich muss so schnell wie möglich über Rodri Bescheid wissen. Was hat er jetzt vor? Er wird die Flammen sehen und wissen, dass Westburg zerstört wurde. Diese Eiterbeule meint, nur ein Drache könnte ihn bezwingen. Es wird sich schon bald zeigen. Wir wollen Frieden, Ivar, nicht Drache. Wenn du das nicht gutheißen kannst, geh zurück nach Chirupedun. Du kennst Rodri nicht wie ich, Evo. Du weißt nicht, was für eine verlogene Ratte er sein kann. Genug Gerede vom Töten. Ich brauche einen Moment Ruhe. Du brauchst Med. Nein, Ivar. Richtige Ruhe. Ein Spaziergang im Wald, um durchzuatmen. Oder... Angeln. Würdet ihr mit mir angeln gehen? Angeln? Willst du deinen Wurm in eine warme Pfütze tunken, ja? In der Nähe gibt es einen kleinen Teich. Kommt ihr mit? Nutzen wir alle den Moment, um unser Blut abzukühlen. Gleich hier drüben. Ich verstehe Angeln nicht. Wo bleibt der Nervenkitzel? Ein Fisch hat keine Chance, mich zu töten. Hier ist eine gute Stelle. Lasst uns Aale angeln. Yolav liebt Nesselsuppe mit frisch gefangenen Aalen. Ich angle nicht. Macht, was ihr wollt. Sieh an. So viel leckerer Fisch. So, dann gucken wir mal, ob wir einen Aal fangen. Da beißt einer an. Zieh ihn raus. Naja, ich bin ja schon dabei. Da unten ist ein Schatz. Gut gemacht, Eivor. Ein Aal. Natürlich ist es ein Aal. Machen wir noch Ferdie hier. Angeln. Da sieht er mal. Da beißt einer an. Zieh ihn raus. Fängt der hoch mal was? Oder müssen wir wieder die ganze Arbeit mehr machen? Na, komm. Wo sind denn noch Fischilis? Da ist noch ein Fischli. Na, komm los ab, du Fischreier. Das sind meine Aale. Na los. Da beißt einer an. Zieh ihn raus. Kann der auch mal was anderes sagen? Ja, ich drück doch schon hier wie der Teufel. Das dürfte reichen. Bischof Diorlof wird sich freuen. Los, erzählen wir Ivar von unserem Fang. Kann ich hier noch? Das hat länger gedauert, als das Dorf zu plündern. Wir haben Aale fürs Essen gefangen. Der Bischof wird sich freuen. Da kommt der Einfallspinsel. Ach, ein eigenartiger Brauch, um den Sieg zu feiern. Doch andererseits, war nicht auch Simon Petrus ein Fischer? Bischof, sei gegrüßt. Wir haben alles für eine vorzügliche Suppe. Danke, Cheolbert. Doch mein Herz ist schwer. So viel Zerstörung. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Du hättest Cheolbert kämpfen sehen sollen. Er wird ein alter Mann mit Eiern. Rau und furchtanflößend. Ich sollte eher gut und gerecht sein. Doch ich weiß das Kompliment zu schätzen. Ich ließ den Bretonen eine Nachricht zukommen. Ich bete, dass König Rodri offen ist für Frieden. Trotz des Mordes an seinem Bruder. Es hat sich doch ausgezahlt. Sieh, wohin es uns gebracht hat. Die Bretonen winseln um Gnade wie wimmernde Welpen. Wir haben ein Dorf niedergebrannt, ja. Aber das garantiert keinen Frieden. Um ihn zu sichern, brauchen wir eine andere Stärke. Zurückhaltung. Unsere nächsten Schritte sind entscheidend. Nach allem, was in Quatford geschah, ist klar, dass Ivar sich bedeckt halten muss. Bedeckt halten? Nach allem, was ich getan habe, soll ich mich verkriechen? Der gute Bischof hat recht, Ivar. Dein Herz schlägt für den Krieg, nicht für den Frieden. Leck mich, Wolfsmal. Ich kenne Rodri und die Spielchen, die er spielen wird. Das ist meine Warnung an euch. Wenn du es furzen hörst, ist das mein Willkommensgruß an das Schwein. Du hast seinen Stolz verletzt. Wenn du ein Heilmittel kennst, dann um Odins Willen gib es ihm. Sein Stolz macht ihn schwierig und seine Wut unberechenbar. Aber er macht keinen Hehl aus seinen Gefühlen. Ich glaube, ich jage ihm ein großes Wildschwein. Dann rösten wir es über dem Feuer und erzählen uns Geschichten vom Krieg. Das wird ihm gefallen. Bischof, wir müssen uns auf Rodris Ankunft vorbereiten. Ruf deine Männer und schlag hier ein Lager auf. Bald wird über Krieg oder Frieden entschieden. Aber nicht jetzt. Wir müssen warten. Ich hasse warten. Alles liegt in Gottes Hand. Wir können nur beten und für diesen Augenblick der Ruhe dankbar sein. Die Bretonen sind da! Der Augenblick ist vorbei. Hier entlang, bei der großen Eiche! Wo ist Sheolbert? Als zukünftiger Aldermann sollte er bei diesen Gesprächen zugegen sein. Er ging jagen. Ein Wildschwein, sagte er. Das ist schon eine Weile her, oder? Wir können nicht warten. Wir sollten jetzt Frieden schließen. Lady Angarat, sei gegrüßt. Wir kommen, um Frieden zu schließen. Wir freuen uns, das zu hören. Doch wo ist der große König? Er bleibt in der Feste auf mein Geheiß. Ich war in Sorge, er könnte Ivar den Meuchler erzürnen. Wir haben den Meuchler in sein Zelt verbannt. Dass wir beide uns um Kriegslüsterne Gefährten sorgen, zeigt wohl, wie ähnlich wir uns sind. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich sehe diese Gemeinsamkeit als einen Segen. Vielleicht können wir diesen Krieg also doch noch beilegen. Unsere Völker haben genug gelitten. Und dein Vorschlag lautet? Wir ziehen alle Soldaten hinter die althergebrachten Grenzen unserer Lande zurück. Wir bitten lediglich um einige Tage Zeit, um unsere Habseligkeiten aus der Feste Kaustow zu schaffen. Im Gegenzug schwört ihr, alle Feindseligkeiten sofort einzustellen. Diese Bedingungen sind großzügig. Die Waffen ruhen. Sehr wohl. Gelobt sei der Herr für diese schnelle Einigung. Gott sei mit dir und deinem König, Lady Angarat. Nun denn, ihr habt einen guten Krieg geführt. Lasst es nun zu einem dauerhaften Frieden kommen. Ich trau der Sache nicht. Ich bin fassungslos, Elvor. Jahre des Blutvergießens wurden im Handumdrehen beendet. Das war ein schwieriger Weg, Bischof. Cheolbert muss die frohe Kunde erfahren. Berichtest du es ihm, wenn du ihn siehst? Ich suche ihn gleich auf. Gut, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif und tüdelüüüüüüüüü